Die japanische Notenbank hat am Dienstag ein Ende der Negativzinspolitik beschlossen und erhöht erstmals seit 17 Jahren ihren Leitzins. Die Bank of Japan entschied nach einer zweitägigen Sitzung, die Spanne für die kurzfristigen Zinssätze geringfügig anzuheben. Damit ist sie die letzte große Notenbank, die sich von den Negativzinsen verabschiedet. Wir haben festgestellt, dass das Inflationsziel von 2% auf nachhaltige und stabile Weise erreicht werden kann. Unter diesen Umständen glauben wir, dass die groß angelegten geldpolitischen Lockerungsmaßnahmen einschließlich der Negativzinspolitik und der Steuerung der Zinskurve ihre Aufgabe erfüllt haben. Die letzte Zinserhöhung in Japan gab es im Jahr 2007. Im Gegensatz zu anderen führenden Industrieländern macht Japan nicht eine zu hohe Inflation zu schaffen. Das Land musste vielmehr eine lange Deflationsphase durchmachen, in der eine Abwärtsspirale aus sinkenden Preisen und Löhnen die Wirtschaft am Boden hielt. Die Geldpolitik der japanischen Zentralbank hatte zu einem rasanten Kursverfall des Yen beigetragen. Die Folgen trafen die Haushalte hart, sodass die Notenbank zunehmend unter Druck geriet, Maßnahmen zu ergreifen. Die beschlossene Änderung signalisiert nach Einschätzung von Ökonomen den Beginn einer Normalisierung der Geldpolitik, aber keinen abrupten Kurswechsel.